Wir machen jetzt ein richtiges Länderraten und ich muss dann auch irgendwann los. Okay, das hier ist Medium. Das hier ist mediumschwer. Okay, ich bin sehr gespannt. Mediumschwer. Let's go. Marokko. Marokko, Leute. Niemand kann mir hier das Wasser reichen. Ich bin Profi in dem Spiel. Ähm, Bali. Das ist Bali. Bali. Die Flagge von Bali, Bruder. Das ist Kasachstan gewesen. Das hier ist Bali, Indonesien. Bro, ich hab doch keine Ahnung, Mann. Was ist das hier ein schwieriges Land gewesen? Äh, Estland. Estland, weil ich Profi bin, Bruder. Bosnien, Herzegöner. Let's go. Das hier ist ein gewinne. Serbien. Leute, ich bin Profi in dem Spiel. Ihr braucht mich bloß fragen. Ich hab Ahnung. Äh, Malaysia. Das ist Malaysia. Das ist Malaysia. Das ist Malaysia. Das waren die Philippinen. Bro, what the fuck. Bro, what the fuck. Als ob ich das weiß. Dass das die Philippinen sind. Tschechien abklatscht. So ist es. Das ist Malta. Hier ist Polen. Polen, Bruder. Das muss Polen sein. Oder Malta. Nee, Polen. Polen. Rabunaku. Rabunaku. Shit. Oh shit. Munaku stimmt. Ach du Scheiße. Also jetzt hab ich grad brutal reingeschissen. Das tut mir schon selber ein bisschen weh. Das ist Dings. Thailand. Das ist Kuba. Das weiß man nicht, dass das Kuba ist. Costa Rica ist es nicht. Elfenbeinküste. Küsch, küsch, küsch. Da bin ich Profi. Ich hab Jordan geschrieben. Hier Luschen. Das war Elfenbeinküste. Easy. Äh, Slowakei. Hack mich. Slowenien. Bro, was? Slowenien war das? Was ist denn das? Nepal. Nepal. Das muss Nepal sein. Das muss Nepal sein. Und Botscha. Was ist denn das? Weißrussland. Ja, das ist einfach. Weißrussland ist einfach. Easy. Ägypten. Honduras. Honduras. Ich bin Profi in dem Spiel. Äh, das ist... Dings, Dings. Oh, fuck, 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 fuck. Äh, da kommt der eine Fußballspieler her von Real Madrid, der Stürmer. Der... Wie heißt das Land? Ist das? Das ist nicht Costa Rica. Was ist das für ein Land? Oh nein, was ist das? Paraguay. Ist es Paraguay? Dominikanische Republik. Scheiße. Da kommt von Real Madrid der Stürmer. Der heißt... Wie heißt der? Messi. Genau der von Real Madrid, Bro. Mariano. Genau, Johnny Walsh. Äh, das ist Ungarn. Das ist einfach. Ungarn ist easy, Bro. Hungary. Ja, was ist das denn? Moldawien. Ich sag Moldawien, weil es kann. Barbatos. Also das ist ja... Wie wissen du das? Wie wissen wir Atlantis? Barbatos. Hab ich ja noch nie gesehen. Maserati. Genau. Ja, Niederlande. Easy peasy. Da kenn ich mich aus. Das ist mein Fachgebiet. Niederlandes. Was? Was ist denn der Unterschied zwischen Luxemburg und Niederlande? Hey, das ist genau das gleiche, lol. Hey, wie will man das wissen? Rot, weiß, äh, blau. Rot, weiß, blau. Hey, wie willst du denn wissen, dass das Luxemburg ist? Ja, das Blau ist anders. Das ist doch hier generell alles anders. Der hat das doch hier auch mit einer Vignette gemacht. Deswegen ist das auch so dunkel. Das ist schlecht. Tunesien. Easy. Tunesia wird jetzt dastehen. Achtung. Ja, Tunisia, sorry. Das ist Irak. Irak oder Iran? Äh, ich sag Irak. Irak. Ich sag Irak. Ja, fuck. Warum Iran, wenn ich Irak sag? Meine Fresse. Das ist San Marino. Weil ich Ahnung hab von der ganzen Materie. Oh, das kenn ich. Das kenn ich. Das ist... Nein, nein, nein. Warte, warte, warte. Was ist das? Oh, fuck. Was ist das? Was ist bei... Oh, ich kenn das. Das ist auch... Ich weiß es nicht. Meine Tiefen. Katar. Ich wusste es. Ich hab's erst gesehen. Ach, ne, als ich das recherchiert hab mit Katar, da hab... Ich kenn die Flagge eigentlich. Das ist Dings, äh, Ukraine. Andrei Tchepchenko. Das ist Malaysia. Lol, natürlich. Das ist Malaysia gewesen. Ja. Alter, vorne hab ich voll reingeschnissen mit Malaysia. Jetzt weiß ich's eigentlich direkt. Ey, was ist das denn? Das ist doch keine Flagge. Boah, das ist Dings. Äh, ich sag einfach mal, dass das... Weiß es nicht. Bhutan. Wo liegt ein Bhutan, Leute? Gut, Asien, Bro. Ja, wegen dem Drachen. Natürlich ist es Asien. Herr Läufer, warum denn Amerika? Ich wusste noch nicht mal, dass es das gibt. Das ist Nigeria. Das muss ich mal kennen. Hoppsen, grüß dich. Und das ist Mold... Na, Rumänien ist das. Nicht Moldawien. Rumänien. Rumänien. Das ist Mazedonien. Jetzt wird bestimmt dort stehen Nordmazedonien. Heißt das aber. Nordmazedonien. Mazedonien. Nordmazedonien. Ja, das war mir klar. Und das ist Ecuador. Weil ich Ahnung hab. Ich hab Ahnung studiert. Ich weiß, welche Flaggen dieses Land hat. Was für Venizuela, Bro. What the fuck? Das hier ist die Flagge von Ecuador. Das ist genau das gleiche, Bro. Ey, auch genau gelb, blau, rot. Fast kein Unterschied. Ich find's für was in der Mitte. Das ist auch wieder Asien. Das ist... Äh... Tapa Neu Guinea. Sri Lanka. Das weiß ich doch nicht. Das ist Chile. Arturo Vidal. Ist das. Das ist Litauen. Ah, Let... Ist das Litauen? Lettland. Ja, Sache ist das gleiche. Die sind direkt nebeneinander. Litauen, Lettland. Das weiß man doch nicht einfach so. Tschechien. Tschüss auf. Das wissen wir doch alle. Das wissen alle, was Tschechien ist. Bulgarien. Kamerun. Da kann man nämlich ruhen. In Kamerun. Das ist Dings, äh, Dominik, nee, 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 Paraguay. Es ist Paraguay, bitte, lass es Paraguay sein, bitte. Nein, es ist Panama, ich wusste, irgendwo ist das dort. Das ist Malta, das ist jetzt Malta, das ist Safe Call Malta. Jetzt haben wir es dann. Ich habe doch vorhin geguckt, das war doch Malta, Bruder. Singapur, also Singapur, ich war doch nie in Singapur, deswegen kann ich das nicht wissen. Das ist Serbien. Nee, Slowakei, Serbien hat man schon, Slowakei ist das. Slowakei. Ja, easy. Ey, können die mal kreative Flaggen machen, was das für eine Flagge ist? Safe Afrika irgendwo. Das ist Zimbabwe. Das ist Zimbabwe, Bruder. Das ist Thailand, Bro, ich dachte, Thailand ist easy. Das ist wirklich Thailand. Oh, ich dachte, solche Flaggen kommen immer aus Afrika. Die einfachen. Algerien. Algerien. Algeria, Bro. Algeria. Das ist Polen. Jetzt haben wir endlich mal Polen. Jetzt wissen wir es. Wenn wir schon vorhin verkackt haben. Ja, was ist denn da jetzt Polen? Polen ist weiß-rot scheinbar, von oben nach unten. Aber wir hatten doch vorhin schon Indonesien, oder? Oder Monaco-Dings. Warte, Monaco ist... Guckt euch Monaco an. Genau exakt das Gleiche. Exakt das Gleiche wie Indonesien. Es kann doch nicht sein, dass die zwei Länder eine Flagge teilen. Es geht gar nicht. Real-Talk, ja, das geht wirklich zu 0%. Das ist das, das ist das. Warte, warte, was könnte das sein? Das muss ja eine Insel sein. Dann wird das Madagaskar sein. Also, ja, klar, Kosovo. Eigentlich übel easy, oder? Fuck, stimmt. Das ist Trinitat und Tobago. Ich sag, das ist Trinitat und Tobago. Aber so, aber sowas weiß ich dann wieder. Trinitat und Tobago, das weiß ich dann wieder, weil der Lauch krass ist. Und das ist safe call Malta. Wenn das nicht Malta ist, dann geh ich mich vergraben. Jetzt live. Zu 1000%. Das weiß ich, das weiß ich einfach, weil ich Ahnung hab. Das weiß ich, weil ich Ahnung hab. Ja, easy. Aha, easy. Boah, das ist gleich neben Trinitat und Tobago. Warte, wie heißt das? Ich sag's im Wappel. Apa neu. Alter, und ich hatte vorhin schon neu Guineer. Ja, gut, das kann man nicht wissen. Portugal. Easy. Das ist... Äh, Co-Co... Äh, Co-Columbien. Co-Columbien, Co-Columbien. Es ist Co-Columbien. Ja. Das kann auch wieder... Ich sag, das ist Bangladesch. Ich sag, das ist Bangladesch. Ich hab noch nie von dem Esmartini gehört. Was soll ein Esmartini sein? Irak. Irak. Ich weiß es. Was ist denn das? Syrien. Ich sag Syrien. Ich sag, wir kennen doch nicht mehr die Flagge von Syrien. Ahnung studiert. Ich habe Ahnung studiert. Deswegen weiß ich es. Syrien. Irak. Habe ich einfach Ahnung. Und da merkt man einfach, dass ich eigentlich mega schlau bin. Und da merkt man einfach, dass ich eigentlich mega schlau bin.